Seht ihr, seht ihr, hier habe ich den Erzengel Raphael, ein Pranatropfen wieder von Oz. Am 30.09. sind sie reduziert. Der Raphael ist der Erzengel der Heilung, der uns unterstützt. Ich sage immer nur unterstützt, weil letztendlich sind wir es ja eigentlich, die es tun sollten. Er gibt uns aber die Kraft und die Hilfe, dass wir uns in diesem Prozess entwickeln, und zwar die Selbstheilung aktivieren. Wer eine Krankheit hat, der kann damit auch das aktivieren. In sich die Kraft, die Gedanken zu verändern, und dazu hilft der Erzengel Raphael. Also da an dem 30.09., nur am 30.09. sind sie reduziert, alles mit Edelsteinen bearbeitet und so weiter, kennt ihr selber, beeilt euch, sonst werden sie aufgegessen. Wann wird's.